Herzlich willkommen in der neuen Produktionsstätte der Tribodyn AG in Nordheim. Mein Name ist Bernd Riedl. Ab Anfang 2019 werden wir an diesem neuen Standort in Nordheim die gesamte Produktionskette unserer Litowit-Produkte vornehmen, einschließlich Verwaltung und Vertrieb für den Weltmarkt. Unsere Innovation sind die Litowit-Blattdünger-Produkte, die aktuell aus einer Produktreihe von sieben Produkten besteht, zuzüglich verschiedener spezieller Produkte für unterschiedliche Nutzpflanzen auf dieser Erde, wie Kakao, wie Kiwis oder demnächst auch für Mais in Deutschland. Das Besondere an Litowit ist zum einen die Herstellung. Die Herstellung, das heißt, wir produzieren mit einem hochaufwendigen, innovativen Produktionsprozess, Aufmalprozess, unsere Produkte, die als Feinstpulver dann entsprechend auf die Pflanzen in Form einer Suspension im Rahmen einer ganz normalen Pflanzenschutzmaßnahme mit der Pflanzenschutzspritze des Landwirts aufgebracht werden. Stellen Sie sich ein Müsli vor. Jeder von uns hat andere Bedürfnisse an die Zusammensetzung eines Müsli. Ähnlich ist es logischerweise bei jeder Nutzpflanze. Die eine Pflanze braucht etwas mehr Bohr, die andere braucht etwas mehr Mangan. Und exakt auf diese Bedürfnisse können wir unsere Litowit-Produkte formulieren, zuschneidern und entsprechend den Landwirten oder unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und das schon ab einer Mindestmenge von nur 300 Kilo. Wir haben ein ökologisches Produkt, was natürlich auch für den konventionellen Landbau weltweit angewendet werden kann. Unser Anliegen ist es, mit Litowit ein nachhaltiges ökologisches Produkt für die Zukunft auf den Markt zu bekommen, die auch NPK-Dünger in gewisser Art und Weise reduzieren kann und natürlich damit auch die Umweltbelastung reduzieren kann. Durch höhere Erträge erhalten Sie natürlich auch gerade für die Bedürfnisse dieser Welt mehr Nahrungsmittel, mehr bezahlbare Nahrungsmittel, sodass es letztlich eine Win-Win-Situation ist und ein, ich sage es mal ganz klar so, ob ein Segen für die Welt ist.